Günther Pester am Weg zur Arbeit. Er ist Lkw-Fahrer und auf Europas Straßen unterwegs. Doch heute wird er auf einer besonderen Straße fahren. Der rollenden Landstraße der Ölkombi. Europas größter Provider für Lkw-Transporte auf der Bahn. Lastwagen auf Schienen, unterwegs, quer durch Europa. Günther Pester am Weg durch Tirol. Er hat 40 Tonnen von Deutschland nach Italien zu bringen. Jetzt mit den Baustellen ist es eine Katastrophe. Also eine reine Katastrophe. Oder an einem Montag, am Montag fahren. Weil das Chaos, was da in Tirol ist, mit den Lkw, das muss man sich mal anschauen. Das klappt kein Mensch. Da kannst du nur beten, dass du einen Zugplatz hast. Also ehrlich, dass man da wirklich mit der Bahn runterfährt. Ein Zugplatz für sich und seinen Lkw auf der rollenden Landstraße, die jährlich allein am Brenner schon von mehr als 160.000 Lastwegen genutzt wird. Tendenz steigend, denn immer mehr genau kalkulierende Frechter steigen auf die rollende Landstraße um. Aus gutem Grund. Unser Unternehmen benutzt die rollende Landstraße seit sehr vielen Jahren. Und zu erwähnen, etwa ein Fünftel der gesamten Wegstrecke legen wir auf diese Art und Weise auf der Schiene zurück. Das heißt, natürlich rollen da die Räder nicht, das Lkw. Er braucht keinen Dieseltreibstoff. Er nützt sich auf diesem Fünftel der Wegstrecke eben nicht ab. Er zahlt nebenbei auch in der Zeit keine Maut, was nichts mit Abnutzung zu tun hat oder mit dem Geldbeutel. Also dieses Fünftel der Wegstrecke legt man eben anders zurück als auf der Straße. Doch es gibt noch einen weiteren wichtigen Vorteil der rollenden Landstraße. Die Ruhezeit. Während der Lastwagen am Zug steht, kann der Fahrer die Ruhezeit konsumieren. Wenn er dann vom Zug fährt, kann er wieder voll einsatzbereit weiterfahren und damit mehr Kilometer am Tag machen. Während Günther zum Terminal der rollenden Landstraße in Wörgl fährt, reserviert die Spedition einen Zugplatz für ihn und seinen Lkw. Und entsprechend beginnt im Hintergrund die Arbeit der Logistiker. Schließlich wiegt ja so ein Fahrgast am Zug an die 40 Tonnen. Und diese 40 Tonnen sollen sicher transportiert werden. Deshalb werden die Spezialwaggons vor der Abfahrt nochmal auf Herz und Nieren geprüft. Kein Risiko. Für die Sicherheit der Fracht sorgt die Öl-Kombi. Und als Günther Pester dann am Terminal vorfährt, steht schon ein Waggon für seinen Lastwagen bereit. Servus. 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 Die Verladung am Terminal Wörgl hat begonnen. Die Lkws fahren einer nach dem anderen auf die rollende Landstraße. Innerhalb von nur 15 Minuten werden alle 20 Lastwegen auf den Spezialwaggons stehen. 66 Mal am Tag das gleiche Prozedere. Routine für Bahnarbeiter und Fahrer. Über 10 Millionen Tonnen werden jedes Jahr per Lastwagen am Zug transportiert. Günther hat seinen Lkw geparkt und gesichert. Servus. Und steigenden Liegewagen. Inzwischen sind alle Lkw an Bord. Die Verladung abgeschlossen. In Kürze wird der Zug abfahren. So. Da schlafe ich. Jetzt machen wir Pause. Gehen wir auf der Barbelwürstel. Im zentralen Stellwerk in Innsbruck wird inzwischen die Strecke für die rollende Landstraße freigeschalten. 1.100 Tonnen werden sich in Kürze auf den Weg über die Alpen machen. Und das ohne Stau und pünktlich. Die Verladung ist beendet. Zug kann abfahren. 1.500 Lastwegen sind so täglich auf den Zügen der Ölkombi unterwegs. Und los geht's. 22.000 PS setzen 20 Lkw in Bewegung und die Fahrer im Liegewagen. Die Lkw rasen mit 100 kmh durch die Alpen ohne Fahrer und ohne dass sich nur ein Rad dreht. Eigentlich ein Traum jedes Frechters. Und übrigens auch ein Traum für die Umwelt. Aber das braucht man nicht extra zu erwähnen.